Hey meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Real Talk Video und zwar wollte ich mich hier nämlich bedanken auf alles was ihr hier gemacht habt, was ich meine ist nämlich zum Beispiel das ganze Feedback auf das Weihnachten Video, die ganzen Kommentare und generell es kamen neue Leute die Kommentare geschrieben haben bei den Warzone Videos und weiter und so fort. Da wollte ich mich übelst noch bedanken, weil so viel Feedback habe ich noch lange nicht mehr bekommen und ich mag es immer Feedback zu bekommen, egal ob negativ, positiv, scheißegal, Hauptsache ich bekomme Feedback und das ist toll, dass ich sowas bekommen habe. Vielleicht wenn es irgendwann mal richtig viel Feedback oder generell sehr viele Kommentare sind, dann werde ich die in einem Video mal beantworten, aber jetzt noch, weil es noch wenig sind, es soll jetzt keine Aufforderung sein, aber weil es noch wenig sind, werde ich die jetzt offscreen noch beantworten. Aber ansonsten danke, wünsche ich wirklich danke und danke an die ganzen neuen Abonnenten. Wir stehen jetzt auf 192 Abos und das ist für mich echt schon ein neuer Meilenstein. Danke und ich werde auf jeden Fall weitermachen.